Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee bekehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an einen Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Meine Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann zahlt ihr Armee! James Thunder is now ranked number 16 by the WBC, dropping three spots since the loss to Ruiz. He was ranked number 12 by the WBA, and he has completely fallen out of those rankings. He's on a roll, he has won seven in a row, by knockout. And now, Rex with a first punch, and that looks like it is it! Why is the referee counting? You don't have to count on that, this fight is over! The referee counted him out! James Thunder, known as a quick starter, but we didn't think it would be that quick. Said he had to come up with something very big, and I think he did, in record fashion. James Thunder, first punch, bracket!